Bei Rayland und X11 verstehst du nur Bahnhof, möchtest aber endlich mal wissen, was wirklich dahinter steckt? Dann bist du hier richtig. In diesem Video erkläre ich nämlich, was die beiden sind, worin sie sich unterscheiden, warum es da einen Wechsel gibt und was das für dich als Cloud-Linux-Nutzer bedeutet. Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Auf dem Desktop arbeitet man schon seit Jahrzehnten ganz selbstverständlich mit verschiedenen Fenstern. Doch wie kommen die da eigentlich hin? Mit dem X-Window-System, zu deutsch X-Fenster-System, das wird auch oft mit X, X11 oder X-Window abgekürzt. Es ist ein Protokoll, um Fenster auf dem Bildschirm darzustellen und damit die Grundlage für alle grafischen Programme. Es zeichnet das fertige Bild, das du siehst, auf dem Bildschirm und greift dafür auf die Grafikkarte zu. Die Anwenderprogramme, die du nutzt, wie zum Beispiel ein Browser, ein E-Mail-Client und andere Software, die müssen also nicht direkt mit zum Beispiel der Grafikkarte oder anderen Ein-Ausgabegeräten wie Maus und Tastatur interagieren, sondern kommunizieren mit X11, der dann wiederum eine Abstraktionsschicht bietet und auf zum Beispiel die Grafikkarte zugreift. Zusätzlich wird ein Fenstermanager benötigt, der kümmert sich um die grundlegende Darstellung von Fenstern, also zum Beispiel die Titelleiste, den Rahmen, die Knöpfe zum Minimum schließen, alles was bei jedem Fenster gleich sein soll. Das nennt man auch Fensterdekoration. Den Inhalt des Fensters bestimmt das Anwendungsprogramm selber. Es entscheidet zum Beispiel, wie ein Knopf aussieht, gibt diese Information an X11 weiter, der wiederum zeichnet mit Hilfe von der Grafikkarte das Bild auf den Bildschirm. Der X-Org-Server ist die Referenzimplementierung der Serverkomponente vom X11-Protokoll. Mit einer kleinen Serverarchitektur ist es von Anfang an darauf ausgelegt, um über das Netzwerk bedient zu werden, das heißt, die Software, die man starten möchte, das Anwendungsprogramm, läuft auf einem anderen, entfernten Computer, wird aber auf dem lokalen Computer angezeigt. Man leitet also das Bild weiter, während das Programm auf einem anderen Computer läuft. Natürlich optional, man kann auch auf dem Desktop beides auf dem gleichen Computer laufen lassen. Und warum brauchen wir jetzt Wayland? Zwar genießt X11 in der Unix- und Linux-Welt eine große Verbreitung, doch es stand aus dem Jahre 1984. In fast vier Jahrzehnten hat sich einiges verändert, wofür die X11-Architektur an einigen Stellen nicht mehr so optimal geeignet zu sein scheint. Zum Beispiel ist der Fenstermanager eine separate Komponente, wie ich ja vorhin schon kurz erwähnt hatte, das heißt, er muss mit dem X-Server kommunizieren. Dieser Overhead kann zu langsamen Reaktionszeiten bei der Darstellung führen, wenn man als Nutzer eine Aktion ausführt. Die Wartung der Code-Basis ist zudem auch immer schwieriger, zum einen wegen dem Alter, aber auch weil sich die Anforderungen geändert haben und man teilweise versucht hat, da irgendwelche Workarounds einzubauen, um das abbilden zu können. Seit 2008 ungefähr wird der X-Org-Server relativ langsam weiterentwickelt. Außerdem greift X-Org nicht nur über den Kernel vom Betriebssystem, also zum Beispiel Linux, auf die Hardware zu. Er steuert die Grafikkarte und teilweise auch Tastatur und Maus direkt an. Wayland wurde 2008 mit dem Ziel gegründet, das alles besser zu machen. Man möchte jedes Bild perfekt darstellen. Keine unerwünschten Artefakte wie Tearing, keine instabilen Bildwiederholungsfrequenzen und auch kein Flimmern. Der Fenstermanager ist daher keine separate Anwendung mehr, sondern wurde in den sogenannten Compositor integriert. Er ist vergleichbar mit der ehemaligen Serverkomponente, wobei Wayland keine kleinen Serverarchitektur in dem Sinne mehr hat. Außerdem soll Wayland sicherer werden, zum Beispiel indem weniger Code als privilegierter Route-Benutzer ausgeführt wird und gar nicht erst alle XL-Funktionen eingebaut werden, zum Beispiel für die Aufnahme des Bildschirms. Bei Bedarf muss das mit einer Protokollerweiterung über den Desktop erfolgen. Die Bildschirmfenster sind außerdem voneinander isoliert. Das ist abseits von Bildschirmaufnahmen eine gute Idee. Außerdem kann nicht jedes Fenster auf alle Tastatureingaben systemweit zugreifen. Die Code-Basis von Wayland wird schlanker, damit sicherer und einfacher wartbar, indem man zum Beispiel die Funktionen entfernt, die den Kernel zuvor umgangen haben. Das war mit X11 damals teilweise gar nicht anders machbar, aber auch hier hat sich einiges getan und man muss nicht unbedingt immer das Rad neuer finden. Im Detail finden sich weitere Änderungen, zum Beispiel wird das Rendern auf die Bibliothek in der Anwendung, die das Bild rendern möchte, verlagert. Um Wayland im Alltag tatsächlich benutzen zu können, ist man sehr stark auf die Desktop-Umgebung und auch die Distribution angewiesen. Abhängig davon unterscheiden sich die Fortschritte immer noch ziemlich stark. Das relativ schlanke XFCE zum Beispiel hat erst Ende 2022 mit der Version 4.18 überhaupt mit der Portierung zu Wayland begonnen. Linux Mint ist noch später dran und hat die experimentelle Unterstützung von Wayland erst für Version 21.3 angekündigt, die im Dezember 2023 erscheinen soll. KDE Plasma hat 2021 mit Version 5.21 einen großen Schritt gemacht und vieles für Wayland optimiert. Mit Abstand am weitesten ist wohl die Gnome-Desktop-Umgebung. Sie hat schon 2016 mit Wayland begonnen. Manche wie zum Beispiel Debian haben schon standardmäßig Wayland aktiviert. Zumindest auf unterstützter Hardware, wenn Wayland nicht gestartet werden kann, kommt weiterhin X.org zum Einsatz. Da Gnome schon so weit ist, wird dort mittlerweile sogar darüber diskutiert, ob man die X11-Unterstützung nicht bald auslaufen lassen möchte. Auf der anderen Seite gibt es Kandidaten wie zum Beispiel Ubuntu, die ja mit Version 17.10 schon recht früh versucht, auf Wayland zu wechseln, haben sich für 18.4 LTS dann aber für die Rolle rückwärts entschieden, weil es doch einige schwerwiegende Probleme gab, beispielsweise mit Anwendungen wie Jitsi oder Teams, die auf den Bildschirm zugreifen möchten, wenn man den teilt. Warum dauert das Ganze so lange und läuft relativ zäh, obwohl es Wayland ja schon seit 2008 gibt? Die Frage ist berechtigt. Immerhin kündigen auch heute, also 15 Jahre später ungefähr, noch Distributionen wie zum Beispiel Jungs-Desktop-PyOS 12 an, dass sie jetzt wechseln. Damit man X11 durch Wayland ersetzen kann, müssen sowohl die Anwendungen, also die, wo du als Nutzer verwenden möchtest, zum Beispiel der Browser, angepasst werden, aber auch die Desktop-Umgebung und teilweise auch dazwischen liegende Frameworks. Das ist ein Stück Arbeit und je nach Anwendung ist der Mehrwert von Wayland auch nicht so groß, dass das eben jetzt gerade ganz oben auf der Liste steht. Um den Wechsel anzuschieben, wurde X-Wayland als Kompatibilitätsschicht entwickelt. Man kann es sich wie ein Übersetzer vorstellen. Ein Programm spricht zum Beispiel nur X11. X-Wayland übersetzt das Ganze, damit es auf einem Wayland-System trotzdem funktioniert. X-Wayland ist aber nicht 100% abwärtskompatibel. Unter Umständen kann es zu Problemen kommen, vor allem im Zusammenhang mit Nvidia sind zum Beispiel Leistungsschwierigkeiten und Anzeigefehler bekannt. Von X-Org-Sicherheitslücken ist man außerdem trotzdem betroffen, weil ja trotz Wayland dann in diesem Fall immer noch ein X-Server läuft, um eben hier zu vermitteln. Auf der anderen Seite ist aber X-Wayland zweischneidig, denn es ist auch ein Grund für den langsamen Wechsel. Läuft die eigene Anwendung mit X-Wayland ohne nennenswerte Probleme, dann ist der Druck für einen nativen Wechsel, also zu Wayland statt mit X-Wayland als Zwischenschicht, geringer. Das Ganze ist aber nicht nur wegen den Entwicklern der Endanwender-Software so langsam. Es wird auch immer wieder bemängelt, dass entweder im Wayland-Protokoll selber Funktionen fehlen oder in der konkreten Implementierung, die zum Beispiel für eine Desktop-Umgebung in der Distribution eingesetzt wird. So wurde zum Beispiel die dynamische Anzeigenskalierung für das gesamte System erst vor kurzem eingeführt und ist nun nicht in allen Distributionen vorhanden. Ein GIMP-Entwickler hat bemängelt, dass noch grundlegende Funktionen für die Farbverwaltung fehlen. Schaut man genauer hin, dann stimmt das zwar teilweise, aber nicht immer sind Wayland oder die Implementierung schuld. Teilweise fehlt es auch an den entsprechenden Treibern, die Wayland nutzt, zum Beispiel von NVIDIA. Bei NVIDIA hat das eine gewisse Tradition, die haben schon länger nicht gerade das beste Verhältnis zu Linux und die werden auch hier oft als Negativbeispiel genannt. So, NVIDIA, fuck you. Ihr merkt, es ist doch etwas komplizierter und deswegen kann man aus meiner Sicht derzeit keine pauschale Empfehlung abgeben, ob jetzt jemand zu Wayland wechseln soll oder bei X11 bleibt. Ich würde mich nach der eingesetzten Desktop-Umgebung der Software und der Hardware richten. Abhängig davon ist das zum Beispiel bei Mint aktuell überhaupt kein Thema. Gnome-Nutzer verwenden möglicherweise schon seit einer ganzen Weile Wayland, ohne es wirklich zu bemerken. Wer mit Proton bzw. Wine versucht, Windows-Spiele auf Linux laufen zu lassen, der ist mit X11 tendenziell besser beraten. Beide unterstützen nämlich derzeit Wayland noch nicht nativ und eine Kompatibilitätsschicht, die ist beim Browser verwenden wahrscheinlich nicht so kritisch, aber bei Spielen natürlich für die Performance nicht unbedingt förderlich. Wer sich unsicher ist, was er derzeit nutzt, kann sich in der Konsole einfach mal die Variable xtg-session-type ausgeben lassen. Die enthält je nachdem, was ihr nutzt, X11 oder eben Wayland. Der Wechsel von X11 auf Wayland gehört wahrscheinlich zu den größten im Linux-Desktop-Systemen. Wayland hat das Potenzial, auf dem Linux-Desktop einige Sachen besser zu machen, die derzeit nicht so optimal laufen, weil sie eben auf Technik zurückgehen, die schon ein paar Jahrzehnte alt ist. Und die auch seit längerem nur noch langsam sowie eingeschränkt gepflegt wird. Früher oder später wird der Wechsel wahrscheinlich kommen, aber wie bei allen Dingen, die so tief drinstecken, wird das eine ganze Weile dauern. Man schaut sich zum Beispiel mal IPv4 und 6 an. Auch da gibt es den Nachfolger schon seit vielen Jahren, aber trotzdem wird der Vorgänger noch breitflächig genutzt. Das Hauptthema ist bei Wayland wohl, dass zwar viele Dinge schon recht gut funktionieren, aber eben nicht alle. Nun schreibt gerne auf uLabs.de ins Forum oder in die Kommentare, ob ihr X11 oder Wayland verwendet und warum, sowie wie eure Erfahrungen mit dem jeweils anderen sind. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.